Herzlich Willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Lesbian DunkinCountry Tropical Freeze. Wir machen weiter mit Welt 5.5 Silly Fatal. Das hört sich einmal sehr fatal an, das Silly Fatal. Aber wir werden mal sehen. So, setz mal wieder meine großen Kopfhörer auf, die sonst immer nur für Discount und so weiter verwende. Der Hintergrund ist meine kleinen, sicken Kopfhörer, die deshalb kaputt sind, weil sie großartig sind und ich meine tolle Mütze aufhaben. Ja, meine Kopfhörer sind kaputt, darüber möchte ich die Part wissen reden, denn irgendwie, es fühlt sich an wie so ein Fluch oder sonstwas. Aber alle Kopfhörer, die ich habe, gehen, ey, das ist ja Wackelpudding, Alter ist das geil, gehen nach und nach einfach kaputt. Das ist richtig bescheuert. Weil mein Kopf ist Kopfhörer. Jetzt kurz darauf gehen, er ist einfach wieder kaputt. Kann ich irgendwie kaputt hauen oder so? Weil hier ist, ähm... Ah! Scheiße. Hopp, das heißt Bombe. Das heißt, er mir oft genug nur draufhüpft. Und krass draufhüpft. Kommt hier irgendwann. Und dann raus. Okay. So, hier muss man Skill-Reiß, ähm... Hüpfen, ne? Jetzt hat man gleich kein Problem. Aber wenn ich es jetzt hier zu tue... ... hat man hier... ... einen Vorteil. ... den Morkrotten etwas, aber auch immer... ... den muss man jetzt ducken... ... oder so machen, so wie es... ... Laufschritt A. Genau eine Kong vorbei, natürlich! Yeah! Ah! Das kann so andere Dinger freishalten. Oh Gott! Hier gibt's, äh... ... so Wespen. Das ist natürlich nächste Praktik. Mal schauen, was grün kann. Vielleicht geht's wohl nach der Zeit kaputt, oder? Ich hab... ... keine Ahnung. Ja, ich weiß... ... dass wir jetzt mal einen... ... Checkpoint vorbei wackeln. Aber die Wackelpudding-Levels sind in der Tat... ... doch sehr lustig. Ach Gott, da ist ja nix mehr! Was sollst du das denn wissen? Das sieht schon da aus! Ah ja ja! Auf jeden Fall! Ob zu Kopfhörer-Store zurückzukommen. Was ich schon in den Part... ... ein bisschen thematisieren wollte. Aber es euch ein bisschen sowas hält. Ähm... Ne, ist das Wort... Kopfhörer. Ähm... Danke. Habe ich ja Kopfhörer... ... und die sind alle jetzt wirklich... ... nach und nach kaputt gegangen. Und das ist nicht so praktisch. Denn bei mir halt... ... keine Kopfhörer. Ungenugen... ... irgendwie großartig für länger als ein halbes Jahr. Was natürlich, ich konnte es sich vorstellen... ... nicht so praktisch ist. Was hier vom Wackelpudding... ... zusammentreffen. Man setzt sich also da... ... will meinen Kopfhörer aus der Taste holen... ... und bloß das was verteilt in der Hand. Ich kann es ja wieder gerissen. Und da habe ich eine Marke... ... von der ich eigentlich hieß... ... ja von der ich dachte... ... die wäre sicher. Und da kann nichts passieren. Und die... ... halten auch. Aber... ... habe ich jetzt leider falsch gedacht. Komm. Ey, das ist nicht mein Ernst hier. Ich habe doch seit er... ... seit er sogar gedrückt... ... und das Ding segelt hier runter. Komm. Ne, auf jeden Fall... ... ähm... ... ist ja so nervig. Ne, aber da haben wir zwei Teile... ... von Kopfhörer in der Hand. Was natürlich... ... ich konnte es sich vorstellen... ... nicht so tolles. Manchmal geht das Zeug hier raus. Manchmal nicht. Naja. So jetzt... ... wenn man sich grad irgendwie verspringt... ... wenn man die falsche Taste drückt... ... oder ähnliches... ... geht das schon... ... und das auch ohne seine... ... Gott... ... neuen... ... Lieblings Kopfhörer... ... die man... ... im Wuchswochenland hatte. Ist halt so ein Ärgerlis... ... wenn man so bedenkt... ... ach, es hat nur eins... ... immerhin... ... dass man Kopfhörer... ... kauft... ... und hofft, dass die... ... weil alle jetzt... ... ein bisschen teurer sind... ... von der treueren Marke... ... dass die es endlich mal halten... ... und die sofort einen Geist aufgeben. Dann hat man diese da... ... hat die jetzt seit zwei Monaten... ... und das ist merkwürdige Scheiße... ... einfach kaputt geht. ... das ist... ... vor allem für Leute... ... die gerne Musik hören... ... wie es... ... ist das nicht praktisch... ... und natürlich auch... ... das ist toll... ... Eis im Spiel heißt das... ... das glaube ich... ... war interessant... ... so gesetzt... ... zurücksenden... ... zu Saturn... ... wo ich sie gekauft habe... ... kann ich leider auch nicht mehr... ... belastend... ... jetzt kann ich wieder neu holen... ... meinem Geld... ... was mich denn irgendwie dazu bringt... ... ein Spiel nicht zu kaufen... ... das ist... ... irgendwo alles ätzend... ... meine... ... Geld ist... ... Geld... ... und... ... das unnötige... ... Geld dafür ausgeben... ... zu müssen... ... neue Kopfhörer zu holen... ... es ist... ... blöd... ... was wir machen... ... wir hatten kaputt gehen... ... und nein das lag nicht... ... an meiner letzten... ... ach komm... ... das ist ja rutzig... ... an meiner letzten... ... misshand... ... ey... ... nein das lag nicht... ... an meiner letzten... ... misshandlung... ... weil ich nicht mit Kopfhörern umgehen kann... Im Gegenteil Aber ich weiß nicht, irgendwie Ich benutze die halt so sehr oft So, wenn es auf den Tag kommt Locker 3-4 Stunden am Tag Insgesamt ist mein Kopf egal Ich komme jetzt hier Scheiße Erklärt aber trotzdem meiner Meinung nach nichts Was habt ihr denn? Ich mag kaputt gehen und die Helmdurchschnitt Die ist länger als ein halbes Jahr Und auch meinen zweiten Kopf Die ich hier jetzt habe Ähm Natürlich gehen die genau dann raus Wenn ich da in der Nähe bin Aber es ist halt rustig hier auf dem Eis Was die ganze Sache nicht unbedingt einfacher macht Die gehen wirklich immer dann gefühlt raus Wenn ich da herlaufe Das ist immer so programmiert auf dem Bau Oder wie? Ach komm, na Ich bitte das So was passiert wirklich nur mir Und so was belastend Noch ein Minimiter vorbeispringen Weil man zu wenig Skills hat Nur eine verfickte Taste zu drücken Das ist schon belastend Das ist jetzt Rück Kopfhör Weil ich brauch Kopfhörer So regelmäßig Oha Junge Jetzt Das ist knapp grad Das Level sieht wieder lustiger aus Und hier haben wir Eis am Stil Auf dem man rum hüpft Was designtestlich sehr schön gemacht ist Weil wir alle mögen den Sommer Und bei uns hat es halt mal wieder Das passt wieder ins Eis am Stil Thema Bei uns hat es heute locker wieder so 25 Grad sowas Ach scheiße Bei dem Temperatur ist das Eis am Stil Der wird pressen Esst gut und passt wirklich auch Ich glaube ich werde das Der wird hier auch irgendwie was von wegen Eis am Stil oder so nennen Bei Eis am Stil ist schon einfach besser Natürlich selbstgemachtes Eis von der Eis die leben Ey Und so Verdammt Ach je geht Natürlich selbstgemachtes Eis von der Eisdiele Nochmal besser Ich habe eine neue Midway Flag Midway Flag Ich habe eine neue Dacheln Got to know Hier wäre es irgendwas ganz gut Irgendwann 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 Aber Holy shit Ich glaube an der Stelle muss man einfach halt durchsprinten Dann funktioniert es So Ja sehne Fall Ich bin jetzt auf der einen Seite angepisst Weil ich jetzt zuhause auf der Liege liege Ohne Musik zu hören Hören zu können Was Ey Kannst du das vorstellen Nächste Schönes Ich will ja nicht mit großen Kopfhörern da draußen rumhängen Vor allem Weil ja auch in einer Stelle ein Wackelkontakt haben Wackelkontakt haben Einfach ist dann Ich habe mich jetzt dazu entschlossen Einfach Ja Wir haben heute Nachmittag bei Amazon Neues zu bestellen Weil es war Bluetooth Kopfhörer Weil dann passiert das nicht mehr Dass irgendwie irgendwer Verdammt Dass sie jetzt irgendwas in Kabel reißen oder so Was mich einfach Tiere stört Aber Plus außer immer realistisch ist Ich darf mich nicht nochmal treffen lassen Ach komm Junge Wen wollen die verarsen Hättest du nicht aufpassen können Donkey Kong Kannst du halt auch übertreiben Beziehungsweise Ah Ach geh Ich lass mich Wir wussten zwei Mal treffen Hier Weil ich vielleicht gerade jetzt Ja Ein Leben macht eh keinen Sinn So Jetzt habe ich das Und jetzt ohne irgendwer das Leben zu verlieren Vielleicht habe ich das jetzt auch so zu teilen Das ist Dann ist klar Ich war doch sofort ein Ziel Und verspielte das Leben hier Komm ich bin hier Du Drecks Bei sowas Bei sowas regt das Game auf Macht bei mir auch nur Spaß Ne So Beigen Oh Sowas So Jetzt komm ich auch mal wieder hoch hier So Hier erstmal schnell sein Und dich am optimalsten nicht treffen lassen Und dann hier hoch Wenn das Ding nicht immer so schnell wieder vereisen würde wäre ich auch besser So So Jetzt wenn man aufpasst geht das eigentlich voll Hier kann theoretisch noch das weitere Mal getroffen werden Und das Nein 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 Oh jetzt reizt mir aber Estel Junge Was ist das für eine Scheiße Ich war doch so nah am Ziel Junge Oder auch sowas Wenn das heißt Kontrolle einfach nicht reagiert Was kann man denn dagegen machen Nein Ey Ist Boah Die ganze Tag war zu händ Ist ja echt Geht man das als Köpfe kaputt Dann Ja Geht meine Kontrolle ums Verrecknis Oh Was kommt noch von der Scheiße hier heute auf dem Su Ey Sorry aber ist doch so Ist man nur Soak Belastend Belastend So Jetzt Ich glaube es nicht Leute Ist ja alles gerade genervt Da wird man also kurz vor dem Ziel verreckt So Das waren die Level von dem Part Ähm Joa Im nächsten Part geht es zu dem Sprezen weiter mit dem nächsten Level Weil ich möchte das erste Mal zulegen In der letzten Tage Und manchmal vielleicht kein Doktor kam Das Problem ist Bei mir ist es so Erpressenderer Heiß Und wir haben heute Ich nehmste auch noch den letzten Ferientag Morgen aber ist wieder Suhle Weil ich die Sache auch sehr belastend macht Wie ihr es vorstellen könnt Aber ja ab morgen Ähm Ist haus dass ich wieder in den Suhle-Rhythmus komme Und wieder regulär meine Videos aufnehmen Und mit dem Boss von der fünften Welt Der Punts mit Punts heißt Was sehr lustig wird Nicht Den werden wir uns auf jeden Fall im morgen Part widmen Und ich glaub dann ist das Ich hab jetzt eigentlich überdurst das Spiel Und jetzt sage ich danke für Suhle Sound von dem Part Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und ciao